dann Hammer Picks, möglicherweise ich kann diese Notizen heute nicht ernst nehmen, das ist sicherlich nur Quatsch das ist sicherlich kein Quatsch, also ich muss noch was holen bevor ich was picken kann, dann fängt der Leo an ich pick heute mal Komplikationen für die Watch sehr gut so als grundsätzliches Thema, weil jetzt mit der mit der Series 4 ist es einfach lustig welche Masse an Komplikationen man sich da drauf konfigurieren kann und natürlich müssen die jetzt erstmal schön angepasst werden, damit das Ganze sinnvoll wird im Moment ist es so, dass es mir ein bisschen schwer gefallen ist überhaupt 8 Komplikationen mir jetzt zusammenzustöxeln, ich habe jetzt hier irgendeine Solarkomplikation mit Sonnensystem die ich nicht verstehe, das sind irgendwelche Planeten, aber ist lustig und ich wusste nicht, ich hatte irgendwie noch einen Platz frei, den ich nicht wusste, wie ich den belegen soll diese bunten Dinger sind teilweise ganz lustig jetzt mit der Temperaturanzeige dass du da zwischen, also eben auch die minimal oder die voraussichtliche minimal und maximal Temperatur angezeigt bekommst und so siehst, wo du dich gerade bewegst auf dieser Temperaturschiene das ist, das finde ich, also das ist schon nett das macht da so viel her und ja, also da fehlen jetzt natürlich die angepassten Komplikationen von Tritt-Apps und das ist jetzt glaube ich nochmal nochmal eine zusätzliche große Chance da für die Apps, die verbliebenen Apps Watch-Apps, sich da ins Ziffernblatt zu integrieren in sinnvoller Form und die unterliegen natürlich alle immer noch bestimmten Einschränkungen wie oft sie sich aktualisieren dürfen und das ist glaube ich alles nicht so ja, also die Masse an Einschränkungen denen Entwickler unterworfen sind bei der Entwicklung von Watch-Apps scheint einfach schon sehr frustrierend zu sein und mit Komplikationen ist dann auch nochmal ein eigener Berg an Frustrationen offensichtlich dabei, je nachdem, also was du halt umsetzen kannst und wo es halt wo es halt einfach durch die von Apple gesetzten Grenzen einfach auch nicht mehr sinnvoll wird Zeug anzuzeigen aber ich hoffe drauf, dass wir da noch noch mehr Sachen sehen weil ich möchte gerne diese acht Komplikationen füllen ohne dieses Sonnensystem mir länger noch anzuschauen, was ich bis jetzt immer noch nicht durchschaut habe also ich vermute, dass in der Mitte die Sonne ist und dann Planeten da drum greifen ich weiß nicht, ob Alex du durchschaut hast, was was das alles bedeutet Ich hab diese App noch nicht Du musst die Idee Ich werde die auf jeden Fall installiert Das Sonnensystem ist installiert Du musst nur die Ach so Du musst nur die Komplikationen auswählen Und verstehen Und verstehen und mir mitteilen welche Planeten sich da war und was mir das dann sagt Also es gibt ja noch mehr Es gibt ja auch irgendwie Mond Kannst du natürlich Mondphasen anzeigen Das ist mir schon klar was da das Konzept ist Und dann kannst du irgendwie Erde auch anzeigen Ja, aber du siehst halt auch irgendwo ist hell und irgendwo ist dunkel Und ohne dich unterbrechen zu wollen Aber die Wallpapers von den neuen iPhones, ne? Die Seifenblasen Wo Leute gesagt haben Ich weiß jetzt nicht genau was das für ein Planet ist Die haben einfach nie aufgehört und so Das könnte Mars sein und so weiter Das ist so lustig weil das alles Eifenblasen sind Das ist so gut Ja Ja, aber also ich Komplikationen ist einfach Ich finde immer noch Das ist so Das bleibt so die versteckte Geheimwaffe der Watch und in denen steckt noch In denen steckt einfach noch so ein Berg am Potenzial der noch völlig unausgeschöpft ist und gerade durch die die Möglichkeit die verschiedenen Ziffernblätter zu konfigurieren in zig zig Anpassungen die man halt Lust hat und dann zwischen den Ziffernblättern einfach schnell zu wechseln und Und dir praktisch da deine Ja, für verschiedene Situationen oder Tageszeiten oder wonach auch immer man das sortieren möchte sich da Zeug zusammen zu konfigurieren Das bereitet mir immer noch Freude muss ich sagen Und ich wechsle dann unter dem Strich auch nicht so furchtbar oft zwischen Ziffernblättern hin und her Aber diese Option das hat Apple das hat ja auch das kam ja alles erst schrittweise mit WatchOS Updates und da haben sie dann doch nach und nach sehr interessante sehr interessante Konzepte umgesetzt Jetzt fehlt halt noch dass in diese Komplikationen deutlich mehr Leben halt von von Drittentwicklerseite kommt und und wir da noch schönere Sachen sehen und die die einem da sinnvolle kleine kleine sinnvolle Statusinformationen in dieses Ziffernblatt rein pressen Deshalb picke ich die als als Gesamtkategorie und in der Hoffnung dass wir da dass da noch jetzt jetzt noch mehr kommt wo man so viele wo die Komplikationen noch mal noch mal mehr Platz und und Gewichtigkeit eingenommen haben mit der neuen Apple Watch Ich werde das alles ausprobieren Ja Bin sehr gespannt auf die ganzen Komplikations und die überarbeiteten Ziffernblätter und so weiter Ich habe vorher mit Alex irgendwie rumgespielt habe ihm die Termin Komplikation reingetan und stand in der Ecke dass es genau reingepasst hat 21 Uhr Podcast Ja Dürfte halt auch nicht länger sein Aber es war schon gut Du hast es bemerkt Ja Muss ich halt kurz fassen bei den Terminen Bei mir würde immer nur stehen Termin weil ich die Termine mit Siri anlege Dann heißt der Termin Termin Ja Ja Fair enough Weißt du solange er immer am selben Ort ist es ja wurscht Dann setz dich einfach hin und wartest halt wer kommt Das ist doch super Gut Ähm Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.